Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute geht es in diesem kleinen Tutorial um das Thema Heizkörperventil bestimmen. Vielleicht habt ihr euch für eines unserer Thermostate entschieden. Beispielsweise unser Basic-Thermostat, unser Kompakt-Thermostat oder aber auch unser ganz klassisches Heizkörper-Thermostat aus dem HOMATIC IP Sortiment. Diese Heizkörper-Thermostate könnt ihr im Regelfall ja völlig adapterlos auf eure entsprechenden Ventile am Heizkörper verschrauben. Nun gibt es aber auch viele Heizkörper mit Ventilen, die nicht dem Standard M30 x 1,5 entsprechen. Da wäre jetzt zum Beispiel Danfoss zu erwähnen, da wäre auch beispielsweise Ofentrop zu erwähnen. All diese Heizkörperventile bieten unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten an. Diese Anschlussmöglichkeiten werden definiert einmal durch den Durchmesser der Verschraubung und auch durch die Steigung der Gewindegänge. Steigung bedeutet, wie ist der Abstand jedes Gewindegangs zum nächsten. Da gibt es beispielsweise 1,0 mm Abstand von Gewindegang zu Gewindegang oder aber auch 1,5 mm von Gewindegang zu Gewindegang. Und die zweite Angabe, M28 bzw. M30, das ist hier der Durchmesser des Anschlusses selbst. Den könnt ihr relativ leicht bestimmen, wenn ihr da mal Interesse daran habt, einfach ein Zentimeter Maßband dranlegen. Hier zum Beispiel erkenne ich jetzt, dass es ein M30 Anschluss hat, 3 cm im Durchmesser. So wie ihr jetzt schon erkennen könnt, es gibt unzählige Ventiltypen und das würde natürlich wahnsinnig viel Zeit kosten, euch hier jeden einzelnen Adapter einmal zu zeigen bzw. zu erwähnen, welcher Adapter wofür benötigt wird. Deswegen empfehle ich euch einfach einen Blick in unsere Ventilkompatibilitätsliste zu werfen. Diese Kompatibilitätsliste, die findet ihr im Downloadbereich eines entsprechenden Heizkörperthermostats. Also einfach mal auf unserer Homepage HOMATIC IP in den Bereich Raumklima hinein klicken, Heizkörperthermostat auswählen und dann im Downloadbereich Ventilkompatibilitätsliste öffnen. Erkennbar ist hier schon, da sind unzählige Ventiltypen aufgeführt mit den entsprechenden Anschlusskennungen, also M30x1,5, M28x1,5 und so weiter und so fort. Und ebenso der benötigte Ventiladapter, den ihr dafür benötigt, um das Heizkörperthermostat an diesem Ventil zu befestigen. Wenn ihr den korrekten Adapter gefunden habt, dann einfach mal schauen, wo ihr ihn beschaffen könnt. Da gibt es diverse Online-Shops, auch ELV beispielsweise, bietet diese Adapter an mit der entsprechenden Artikelnummer. Er ist gleich mitvermerkt in dieser Ventilkompatibilitätsliste, sodass ihr direkt den passenden Adapter bestellen könnt. Ich hoffe, das hat euch so ein klein wenig geholfen bei der Bestimmung des richtigen Ventiltyps, beziehungsweise Bestimmung des richtigen Adapters, den ihr benötigt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Wenn ihr Fragen habt, dann natürlich gerne eure Fragen in die Kommentare und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet.